Musik Ach herrje, ein Vogel! Wie kommt der denn da hin? So, den habe ich ja noch nie gesehen. Musik Da gibt es die Wirbel, wie bei unserer Wirbelsäule. Und sechs Seiten und sieben Bünde, ganz ähnlich wie bei der Gitarre. Flöten! Flöten! Hat er eben Flöten, Flöten, Flöten gesagt? Du bist wirklich ein seltsamer Vogel. Seltsamer Vogel? Schau mal, schau mal. Ja, ich bin der Gokobel, ich bin nun endlich wieder frei. Der böse Zauber ist verflogen und ich muss kein Vogel mehr sein. Hey, was soll denn das? Ich glaube, ich spinne. Sag mal, hast du da gerade an dem Wirbel gedreht? Wirbel, Wirbel, Wirbel! Warum seid nur alle still, weil das Föder schlafen will. Stille, Stille, kein Geräusch für mich. Oder ein schönes Allegro von dem alten, großen, gammten Virtuosen Karl Friedrich Abel. Abel! Abel! Nein, nein, nein! Keine ist es! Aber sie muss hier sein, die Flöte muss hier sein! Ich muss sie finden! Da ist doch oben was ganz Besonderes zwischen ihm und den Flöten. Und was Geheimnisvolles geht doch hier vor. Flöten, 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 Flöte spielen, Flöte spielen! Flöten, 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 Flöten erkenn